Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Arvorion Trade. Ja, wir haben schon ein bisschen länger nichts mehr voneinander gehört, aber es geht mal langsam weiter hier. Warum ich in letzter Zeit wenig Arvorion Trade aufgenommen habe, tatsächlich weniger Lust, weil mich auch diese Rust-Sucht erfasst hat. Natürlich dann viel auf Twitch natürlich unterwegs und drum und dran, haben natürlich da auch so einen eigenen Server, der jetzt Donnerstag gevibt wird. Der Server heißt nämlich TGW-Anfänger, der wird nämlich jetzt auch gevibt und ja, wer Lust auch was hat, auf den Server mitzuspielen, einfach einsteigen und mitspielen. Ähm, wir forschen jetzt erstmal so ein paar Sachen und der Plan mit den Jägern ist noch nicht aufgegeben. Ich forsche jetzt halt nur ein paar Sachen zusammen, die sich jetzt halt lohnen. Wir haben ja wahrscheinlich wieder gut was gesammelt. Und ja. Das packe ich zusammen mit ein paar Sensoren oder so. Da ist das. Dann haben wir davon. Forschen. Ähm. 13 von denen Handels upgraden. Das ist ja mehr als nice. Geschütztürme. Das lasse ich mal. Das kann ich unumpläumig zusammen machen. Und das kann ich zusammen machen, forschen für einen guten Zweck. Okay. Immer schön forschen, was zusammengehört. Nicht genug davon habe. Dann kriegen wir auch ein paar Slotsplätze frei. Und 19. Plus. Ja, das ist doch schön. Sieben davon. Immer was Schönes herausforschen. Siehste, da haben wir wieder schon einen von denen wieder zusammen. Plus 82, das ist auch nett. Vier nur davon. Ein goldenes. Nur. Da haben wir nicht so viel, was wir zusammen forschen können. Pulskanonengeschützturm. Ja, da haben wir ja nichts Lohnswertes. Auf jeden Fall wollen wir ja gucken. Was ist denn jetzt, äh... Raumjägerfabrik brauchen wir dann, ne? First Trade ist hier. Zusammen mit der Forststation. Ja, wir wollen ja erst mal Güter kaufen, ne? Menge, machen wir mal... 20.000. Und zwar Wasser. Wasser. kaufen dann wird schon irgendwo verkauft das hier Weizenfarm Güter verkaufen Wasser beliebig verkaufen Nein, Fabrik braucht die Wasser? Weiß ich nicht Weizenfarm 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 Dann hier, Güter verkaufen, Wasser beliebig. Dann zurück, Güter kaufen, Wasser, 20.000, kaufen. Casino, nein. Militär. Schiss werft, Schmuggel. Müssen Weizenfarm, Güter verkaufen, Wasser verkaufen. Und dann wieder dahin. Güter kaufen, Wasser. 50.000, kaufen. Dann gehst du hier ins Wurmloch, mein Freund. Oder doch nicht, nein. So, was gibt's denn hier? Schäferei, Güter, Güter verkaufen, Wasser. So, dann geht's hier wieder kaufen. Ich stelle hier so ein paar Sachen ein. Wehe wie Wasser. Kaufen. 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 Mittert. Kaufen. 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 Wasser. So, und das dann immer und immer wieder. Hast du denn schon was verkauft? Oh, läuft doch. Verkaufte Wasser für 580.000, das läuft doch. So, haben wir denn jetzt was bei uns in der Nähe? Äh, Jägerfabrik zum Beispiel. Jägerfabrik, da geht's wo hin. Da sehe ich mich. So. So. So, wir wollen ja gute Jäger haben, ne? So. So. Jägerfabrik, wir wollen ja ein paar Raumjäger ausrüstung handeln. Vielleicht haben die sogar gute Jäger. Abwrackjäger. Keine eher Abwrackjäger, das ist die Sache. So, gucken wir mal, was haben wir hier denn dran? Das ist ein guter. Das ist ein Tesla, das ist ein Abwrackturm. Den entfernen wir mal. Daraus bauen wir einen Jäger. Jäger bauen. Wir brauchen diesen guten Trinium-Bergbauturm. Abwrackturm, meine ich. Wo ist der? Trinium-Abwrackgeschützturm. Nein, diesen R-Abwrack. Das ist doch ein guter. Wo ist der denn? No, was ist der denn? Ne. Trinium-Bergbauturm. Das ist doch ein guter. Hä, wo ist der denn? Hängt der noch an der Seite dran? Ne. Ich habe doch hier einen guten Tränium-Abbauturm doch gerade abgebaut. Wo ist der denn? Typ. Abfrag, Abfrag. Hä? Es gibt doch hier einen Abfrag-Turm. Das ist zu einem Abfrag, das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe nur ein Abfrag. So, habe ich ihn jetzt? Jäger bauen. Da habe ich jetzt einen. Aktualisieren, Neuordner. Jetzt muss ich ja irgendeine Schablone nehmen. Das ist ja irgendwas kleines. Jetzt muss ich ja irgendeine Schablone nehmen. Automatisch gespeicherte Schiffe. Habe ich echt keine kleinen Jäger? Gibt es hier echt nichts? Moment, da muss ich mir eben was kleines bauen. Obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht mache. Jäger. Holy, das klappt alles nicht, so wie ich mir das vorstelle. Shit. Naja, egal, liebe Freunde, dann beende ich mal diese Folge. Dann werde ich mir einen kleinen Jäger in Kreativmotors eben schnell bauen, den ich mir dann ganz schnell reinhole. Ja, würde ich mal sagen, bis gleich, meine Freunde. Ciao.